Das bitte nicht als froh, nicht zuletzt zu halten. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, ich sage einfach Dankeschön. Und damit Sie sich an Hamm immer erinnern, im Guten, haben wir Ihnen sozusagen die erste Prafik des neuen Kurhauses mitgebracht. Es ist die Nummer 1 und ich hoffe, Sie finden sozusagen in Ihrem Dienstzimmer dafür auch ein Plätzchen. Darf ich es mal einmal aufhalten? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt Herrn Lechert-Wohms und Herrn Superintendenten Miehausen nach vorne bitten. Und ich möchte recht herzlich darum bitten, dass wir während der Einsegnung jetzt wirklich auf Ruhe kommen. Seht ihr, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, gerne kommen wir der Bitte nach, dieses neue Kurhaus, Segnens einzuweilen, Gottes Segen zu erbitten für dieses Haus, das nun entstanden ist und das für viele ein Ort sein wird, wo Menschen zusammenkommen. So wollen wir zunächst reden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen und hast Gottes Welt und unsere Welt miteinander verbunden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du willst, dass wir alles, was wir als Schöpfung erfahren und das wir selbst bauen, gut zu brauchen. Wir bitten dich um deine Kraft. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Aus deiner Hand kommt jede gute Gabe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Ein nicht, lieber Gott, verschieben sind deine Gaben. Doch allen Menschen wendest du dein Leben zu. Du willst, dass wir Freude erleben, dass wir uns bilden und dass wir unseren Irrgeschwindens voll verwalten. So bitten wir dich, segne dieses Kurhaus und alle, die herein und ausgehen. Segne sie und gib ihnen den Geist der Redlichkeit und Gerechtigkeit. Gib uns Achtung voreinander und wahren Gemeinschaftssinn. Öffne unser Herz für den Dienst an den Mitmenschen, dass wir die irdischen Güter so gebrauchen, dass wir dabei die Ewige nicht verlieren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sie machen den Geist des Volkes zerröhnt. Doch so verlegen bin ich nie gewesen. Zwar sind sie ja das Beste nicht gewöhnt. Allein sie haben schrecklich viel bewegen. Wie machen wir es, dass alles frisch und neu und mit Bedeutung auch gefällig sei? Und heilig kann ich gern die Menge sehen, wenn sich der Stroh nach unserer Wunde drängt und mit gewaltig wiederholtem Wehen sich durch die enge Gnaden fortgeschwemmt. Aber alle Tage schufst auf ihren, gestößen sich bis an die Kassensicht und wie in Hungersnot um Brot an Weckertüren um ein Gelegen, das die Hölle bricht. Dies Wunder werden auch so verschiedene Leute der Dichter wurden. Mein Freund, wofür es heute. Das war eine gewachsene Schatztruhe. Und jetzt werfen Sie bitte einen Blick nach draußen. Wenn wir das dann endgültig fertig haben, dann können wir sehen, wie schön unsere Stadt und unser Brotpark ist. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, angenehme Unterhaltung. Wer es jetzt im ersten Moment nicht sehen kann, gehen Sie einfach mal nach draußen. Es ist toll hier bei uns. Danke. 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 Hej. Töhn. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020